Alle laut. Bitte bitte. Jetzt aber wirklich alle und sehr, sehr laut. Alle fragen, bitte. Fertig. Ich habe ja das eine Stipendium, was mit dem Hübeck-Bezug ist. Und ich merke so in den letzten Wochen, Monaten auch, wo ich jetzt schon hier recherchiere und Fäden in die Hand nehme, dass auch ganz viele Fäden von der 18-jährigen Gesine, 20-jährig, als ich hier gelebt habe, wieder auftauchen. Kommen wir für 10 Euro noch nach? Nein, nein, viel besser. Sie bringen mich einfach jetzt gleich zu. Das ist meine Heimat. Und da oben, das ist jetzt nicht, das ist, also da ungefähr, da würde man bei gutem Wetter die Siebenkirchturme von Lübeck sehen. Ich habe ein freies Theater in Berlin gegründet. Und ich habe dann eigentlich immer in den Jahren mich zwischen Theatern und Projekten außerhalb und immer weiter zu Filmen, Internetprojekten, Projekten auf der Grenze, Soundinstallationen weiterbewegt. Wo damals noch etwas möglich war.